So, Freunde und äh, liebe Menschen, die diesen Kanal abonniert haben, äh, am 15. Januar ändert sich die Qualität ein bisschen, weil ich krieg jetzt ein bisschen bessere Aufnahmequalität. Ach ja, und der liebe Shadow hat seine Frisur geändert. Und, äh, McDouble, ich wollte dich jetzt nochmal persönlich ansprechen, weil du hast ja gesagt, ich sollte, ähm, wenn's möglich wäre, mal ein paar Themen ansprechen. In meinen Aufnahmen. Aber, ihr müsst mir da für Themen in die Kommentare schreiben, worüber ich reden kann. Ich bitte mal in der Interaktion in den Kommentaren und ich kann über Themen reden. Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.